Ja Leute, ich bin's Timo von Waldkult. Da ich viel auf verlassenen Orten unterwegs bin und viel mit solchen Sprühereien, Graffiti, Graffito zu tun habe, würde mich mal interessieren, ob euch das denn gefällt. Wie seht ihr das? Ist das für euch Kunst oder ist das für euch Krempel? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare, es würde mich sehr freuen. Natürlich gibt es viele verschiedene Arten von diesen Sprühereien. Viele sind auch Schmierereien und einfach nicht toll anzusehen, aber einige davon sind natürlich hochgradig gut. Ich werde euch immer ein paar Bilder reinschicken und guckt euch das einfach mal an. Was? ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.